hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf meinem kanal ja wie im titel schon sehen könnt habe ich mal wieder ein bisschen bei dem meister dungeon rumprobiert und ich habe den 7 4er geschafft und ja den versuch hänge ich euch einfach mal hinten ran und sagt einfach mal viel spaß